Sie sind nach vier Jahren Pause endlich zurück. Deutschlands Elite der Trödel-Profis. Mauro Corradino, Schükrü Peliwan und Otto Schulte gehen erneut auf Schatzsuche in heimischen Kellern. Geballtes Expertenwissen wieder vereint für eine ganz besondere Mission in der 750. Folge. Schrauberprofi Ottos Metier sind Fahrzeuge. Ich freue mich schon, dass es wieder losgeht und es kribbelt auch schon wieder. Schükrüs große Leidenschaft sind Schmuck und Gold. Wir sind zwar älter geworden, aber die Ideen sind auf jeden Fall neuer geworden. Mauro ist der Insider, wenn es um antike Möbel geht. Da kommt eine ganze Menge auf euch zu gerollt. Und auch der Trödeltrupp rollt in neuem Gefährt los. Das Ziel, eine riesige Halle in Hessen. Hier sammelt Herbert seit vier Jahrzehnten Antiquitäten, von denen er sich endlich trennen will.